Ja, herzlich willkommen zu einer Folge FischkopfTV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen weiter Thimbleweed Park. Yeah! Und mir ist gerade eben etwas eingefallen. Übrigens nochmal Entschuldigung für die lange, langweilige Folge. Letzte Folge. Ein bisschen unangenehm. Mann, die Musik ist immer so laut. Können wir mal bitte... Können wir mal... Wahrscheinlich habt ihr mich schon angeschrien, ne? Hey, Junge, was ist dein Damage? Ich glaube, ihr habt mich schon angeschrien. Kann ich nicht... ne Gebe? Dude, check out this rad new Pillow Bear. It's Righteous. Big time Righteous. I'll do you a favor and trade you. You'd do that for me? Oh, sick! Who, what do you want to trade? Um... I'll trade you the bear for your jacket. No faking. Your jacket is grody to the max. Oh, but it keeps me warm. Eat my shorts. No way. What? I'll trade you the bear for your glasses. No faking. Gag me. Your glasses totally make you look like a dweeb. No, duh! Eh, take the glasses then. Quick, before anyone notices I have them! First, here's my used gum for your collection. Uh, I don't have a gum collection. Ugh, never mind that. Now give me that bear so I rock it out. Sure, or dweeb dude, or gnarlicious, or... I can't keep this up. Let's get this over with. Here it is. Sweet! You're a ace! Later, dude! Warte mal, wieso läuft er weg? What? Äh, okay. Ich dachte, ich brauche noch anderes Zeug. Reicht das hier, oder was? The hotel manager is right there. He's one of Chuck's spies. I'd better not change into my disguise while he's near. Äh, okay. Dann gehen wir einfach woanders hin. The doors are closed. Ja, okay. Geh rein! Und wir haben noch ein Kaugummi. Yay! So, geht das hier schon? Nobody can recognize me now with this foolproof disguise. Nice! Nice! Okay. Ja, das hätte ich ja auch früher merken können mit den Bären, ne? Irgendwie dachte ich, ich hätte es probiert. Habe ich das vielleicht mit Nutzen gemacht und nicht mit Geben? Es kann, es kann alles sein. Äh, hallo! Ja, ich würde gerne einchecken. Äh, Emilio Estevez. Frank, 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 George Michael, oder Emilio Estevez? Emilio Estevez. Of course, Mr. Estevez. We have a lovely suite Abu for you on the 11th floor. Your suite has been fitted with the new state-of-the-art Abu Hotel Tron 3000. It's such new technology, Abu, that we're still fitting out the rooms on the 10th floor. How else may I be Abu of service? Uh, give the... Is there any surveillance in the hotel? No, certainly not, Mr. Estevez. Oh, we have our state-of-the-art Abu Hotel Tron 3000 system, which creates a VHS video of your entire stay with us. Sounds like surveillance to me. How much, you ask? For just $19.99, you get a unique record of your trip highlights to share with friends Abu back home. It's such a new system that we're still installing it on the 10th Abu floor. Since you won't want to miss a second of your amazing Abu stay here, we recommend that guests do not visit the 10th floor. Okay, und ihr habt wahrscheinlich gerade so ein Bing gehört, ne? Ich, also, ich persönlich hab nichts gehört. Ich hab jetzt auch nicht kurz die Sache ausgemacht, die da gebimmelt hat, okay? Okay, also hab ich richtig verstanden, dass im 10. Stock keine Überwachung stattfindet. Warton mal, äh, 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 wirst du das nach? Das ist ja, dass er 10... noch nicht installieren konnte. Okay, okay, okay. Hab ich alles richtig verstanden. Mhmmm. Okay, okay. Ja, das hatten wir schon. Das wäre alles, das Papier, Abu, das ich brauche. Was würdest du, die Fotografie zu machen? Den Hintern von dem Spielzeug. Ich würde tatsächlich gerne... Ich hätte mal die anderen Sachen probieren sollen, ne? Moment. Moment. Oh, ich kann nichts mehr kopieren. Oh, no. Oh, man. Okay, Zimmer 1, 1, 0, 2. Wäre das Zimmer, wo wir jetzt rein können. To do. Oh, verkleide dich. Hab ich. Check ein, hab ich. Holmeck, ich lese hier mal Klopapier. Äh, Kopierpapier hab ich. Besorge, Duplikat ist verkauft. Okay, hab ich. Geh in das Hotelzimmer. Eins. Äh. 1, 1, 0, 2. Easy. Warte mal. Ne, 1, 1, 1. Okay, ich muss einhören. Ich hab mich vertan. Hier hoch. Okay, cool. Ich kann zwischendurch auf den anderen Knopf drücken. Alter. Und wofür wohl das Gummi gedacht ist. Hm. 1, 1, 0, 2. Ist es denn das hier? It's locked. Nutze Karte mit... Telefon. 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 Hallo. Yes. Only on Tuesdays. Yes. I'm almost ready for our meeting. I've just got to wrap up a couple more things. I'll call you back when I'm ready. Okay. Okay. What's that monstrosity? A Hoteltron. Chuck must have had them installed recently. I'll have to find a way to stop it recording my meeting. Hmm. Können wir nicht einfach... Können wir nicht... Dann in den zehnten Stock irgendwie gehen mit den Leuten? Hmm. It's a camera that appears to be filming the room constantly. Chuck's eyes are everywhere. I don't know how people put up with it. Okay. Kann ich vielleicht arbeiten mit... He keeps falling off without anything to hold it on. Oh, okay. Nutze Gummi mit... I'd better hold on to this until later. Nutze Gummi mit dem... Oh, yes. Oh, yes. Und jetzt? Warte mal. Aber du lügst Zimmer, oder? Ich weiß nicht. Yeah, hallo? There seems to be a little problem, Abu, with your Hoteltron. There we go, Sir Abu. A photo of a different room got stuck accidentally, Abu. I'll dispose, Abu, of this for you. No need to say thank you. We're here to help, Abu. Uh, shit. Okay, und wenn ich jetzt das andere... Warte mal. Schalte die Überwachungskamera aus. Rufe die Investoren an, sobald bereit. Schalte die Überwachungskamera aus. Okay, warte mal. Ich nutze nochmal kurz das andere Foto. Waiting. What was that? I guess it was nothing. Looks like the Tron-Machines are working perfectly. Okay, okay. Da ist einfach ein Foto von dem Zimmer jetzt hier drauf. Perfect. Now Chuck will have no idea what I do in my meeting. I'm finally ready for that meeting. Sehr schön. Okay, und wie rufe ich die jetzt genau an? Okay. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh! What? 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 But there was nothing. No body, no Franklin. Some of the more superstitious types claim he's haunting this hotel. But those of us dedicated to fact-finding know that must be poppycock. That's an interesting story. Holy shit! So Franklin's dead as well? No one knows for sure if he's dead. Isn't it a great time to be a journalist in Thimbleweed Park? One missing, a mystery body, and Chuck died of a heart attack. Did you find out the identity of the body in the river yet? Uh... I'm not telling the press what we have and haven't found out yet. Have it your way. But you didn't answer my original question. Why are you here? I see I can't fool you. If you ever want to switch professions, we need reporters like you. That still doesn't answer my question about why you're here. Okay, okay. I was following up on a report that Franklin checked in here under a pseudonym. Finally. Pseudonym. So wird Pseudodyb ausgesprochen auf Englisch? Pseudonym? Okay. A pseudonym? What was it? All I could find out is that a man with a large nose was seen around the same time as Franklin. And? That man checked in under the name Emilio Estevez. So it may not have been Chuck's brother. What room did the man with the large nose check into? It was a room on the 11th floor. I couldn't find out anything more without a shiny official badge like you have. Why is it so hard to get information from you? Let's call it a job interview. As I've said, I need good reporters so I don't have to run all over the county. I don't have time to be a newspaper reporter. Fair enough. But you know where to find me. What's new in the news? Eh, just a bunch of reports about paranormal activity here at the hotel. I don't give them much credence. Thanks for all the information. See you later. If you find out anything publishable, stop by the nickel to let me know. Okay. Ja, das hätte alles ein bisschen schneller laufen können, ne? Bin da rumgeirrt wie so ein Fallhorst. Letzte Folge. Naja. Jetzt ist doch alles gut. Kann ich bitte in den Raum rein, oder? Welcome to the Edmund Hotel. Most beautiful Hotel, Abu, in the Tri-Thimbleweed Park County area. How may I be Abu of service? You look awfully familiar. Have we met before? I don't believe Abu so. Well, there you go. Is anything going on in the hotel today? Nothing, Abu. Certainly not more cases of food poisoning. Definitely not, Abu. Do you know what happened to Franklin Edmund? Huh. I saw him, but I don't know Abu what happened to him. Funny thing, Abu, though. Go on. That same day, a man with a large nose, Abu, checked in and then disappeared. You don't say. That is an odd arena coincidence. What room did he check into? Oh, let me see Abu now. It was a Mr. Emilio Estevez. Yes. He checked into a room, Abu, on the 11th floor. I'd like that room key for our investigation. I'm not sure I should do that without a warrant, Abu. But since there's nothing to see there, I suppose, Abu, I can give it to you. Thank you. Finally. How else may I be Abu of service? Äh, ist schon okay. I'm going to check out your beautiful lobby. Goodbye. Have a nice evening, Abu. Kann ich hier was trinken? Geil. Ja, 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 ja. Und Vinka hatte recht, es lehnt hier an, an dem Spukwettbewerb. Ich mag hier alles. Ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war. Okay. Das Glas steht hier immer noch rum. Das ist, äh, lecker. I don't feel like cleaning up after hotel guests, right? It's been lipsticked to death. Lipsticked. Okay. Ich muss mal wieder ein bisschen Ausschau halten nach Staubkörnern, oder nicht? Und außerdem haben wir ja jetzt noch die Karte von dem anderen Gast. Äh, 508. Wollen wir da erstmal hin? Da wollen wir erstmal hin. Ich habe mir die Frage gerade selber beantwortet. Ich hab Bock. Und dann können wir einen Ausweis finden. Und dann können wir die Leiche identifizieren. Warte mal, hier haben wir vier, ne? Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Nutze. War das die? Jo. Ah, immer wenn die Tür zugeht, kann man hier nichts machen. Oh, shit. Nutze. Der Schmusebär. Hatte er nicht auch einen dabei, diese Leiche? War das nicht so irgendwie? War das nicht, äh? Das Label sagt Pillow Bear. Ich wundere, wie es hier hier kam. Den nehmen wir mit. Ich nehme nur einen kleinen Hügel, um mich zu gehen. Okay. Reisepass. Hm, es ist ein Passport. Es ist ein Passport. Das ist übrigens das Hotelzimmer aus dem Intro, oder? Aus dem, äh... Äh, aus dem Tutorial. It's a German Passport for Boris Schulz. Boris Schulz. Okay. Habe ich? Brauchen wir noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Wir brauchten jetzt, glaube ich, nur... ...den Pass. Ansonsten ist hier eigentlich alles schick. Wah? Gut. Dann... ...auf in den elften Stock. Oh mein Gott. Ich bin so aufgeregt. Oh, ein Staubkorn. Puh. Das war knapp. Ich bin so gespannt, was dann passiert mit dem Staubkorn. Ob überhaupt irgendwas passiert. It's locked. Ja, 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 ja. Okay. That gum appears to be the only evidence that Franklin was ever in this room. Ähm. I'm not touching that. Warum denn nicht? Och, come on. Ähm. I don't want to waste the powder on that. I need to dust the murder weapon. Ja, ist ja gut. Okay, aber dann können wir hier gar nichts machen, oder was? It's turned off. It's getting dark out there now. Wow. So war der Ton gerade so komisch. Hallo? Hm. Oh, es soll doch hier spuken, ne? Es soll doch hier spuken, ne? 2, 4, 9, 3. Die Pigeon Bros. Die kennen sich doch aus mit der Scheiße. Hallo. You've reached Pigeon Brothers Plumbing. We don't monkey wrench around. The signals are really strong tonight, so we'll only come out for paranormal related plumbing and electrical emergencies. Please try us again later. Okay. Also müssen wir erstmal auf diesen Geist treffen, oder was? Warum blinkt das jetzt hier? Wir können nicht zu ihr wechseln. Das ist ja sehr, 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 sehr merkwürdig. Ja. 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 Hm. Ja. 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 The lead of a toilet things don't get more amazing than that Ja toll haben wir jetzt hier alles gesehen oder was was ist mit dem Kaugummi Warte mal Warte mal nutze It doesn't work in that I can't put it in there I can't pull that I'll just take a little hug to keep me going Sehr sehr eigenartig ja toll und jetzt na gut wir haben den Reisepass immerhin What was all that about why couldn't they see me I'm dead hmm well I guess that's probably what I deserve about time you joined us in the land of the almost dead who are you I'm Xavier the head ghost and I'm in charge of the ghosts I run a tight ship everyone must pull their weight or face the penalties what do you mean pull their weight don't ask time to update the schedule for everyone to follow Clara you're on elevator duty don't let anyone get to the penthouse I was just on elevator duty no arguing now Virgil keep up the good work on front door duty don't let anyone in or out of the hotel it's about time the living started realizing who's really in charge around here that doesn't seem right that's irrelevant new ghost you're going to scare at least two people who tried to use the drinking fountain in the lobby okay everyone to work what are you waiting for Clara the chef guys by the way your brother died Chuck's dead when did that happen I'm free of Chuck's tyranny that is I know he would have come here to tell me off if he could I wonder why this head ghost seems so bossy I've got to scare someone hmm maybe I have special powers food holy shit oh ein aber baby können wir kurz das radio ausmachen bitte guck mal der ist hier, der ist hier sollen wir wieder ausmachen hmm Hallo. Man, ich kann ihn nicht sehen. Okay, gehen wir erstmal runter und gucken uns mal die Situation an. Anscheinend kann ich nicht ins Penthouse. Oh, hi. Jetzt sehen wir die Geister hier. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke... Ja, okay. Dann fahren wir erstmal in die Lobby und gucken mal, was geht. Also anscheinend können wir auch nicht aus der Tür rausgehen. Unten. Können wir jetzt zu ihr... Oh, ah. Oh, ich kann auch den Geist... Wow. Okay, dieses Spiel ist halt mal richtig krass. Rede nochmal mit Dolores. What? Besuche Chucks Gruff zum Abschluss... Ach, mit ihm kann ich rumlaufen. Erschrecke eine Person am Wasserspender. Erschrecke eine weitere Person am Wasserspender. Flüchte in das Jenseits. Oh mein Gott. Schwebe zu Briefpapier? Echt nicht? Guck mal hier. Ah, wie geil. Klage. Stöne. Spritze? What? Seppe. Verzahn. Ähm. Du weißt, ich weiß nicht, was ich meine, wenn ich sage, du weißt. Kühle. Ich bekomme keine Satisfaction von chillen Objekten, wenn niemand umgekehrt ist. Rede mit. Puste auf. Okay, okay, okay. Warte mal. Warte mal. Kühle. Kaugummi. Ich bekomme keine Satisfaction von chillen Objekten, wenn niemand umgekehrt ist. Okay, das muss immer dabei sein. Boah, ist das aufregend. Okay, aber wie komme ich denn jetzt runter? Wenn er das hier nicht aufmachen will. Es ist ein elektrisches Elevator. Vielleicht habe ich etwas speziales Kraft, das ich benutze. Okay, okay. Okay. Dieses Spiel ist so unglaublich gut, Leute. Ja? Hi. Hi. Ja, ist ja gut. Muss ich... Nee. Hier muss ich nicht zappen. Ich finde es auch gut, dass diese Boo-Hoo-List... ...aus so leuchtet. I love it. I love it. So. Äh... Ah, da ist der Dude. Okay. Hä? Wieso habe ich ihn jetzt nicht erschreckt? Okay. What? Und wieso ist der wieder da? Nee, der mit lästiges Kind. He's too far away. Ja, dann... Boo. Hallo. Was? Warum? Wie erschrecke ich den denn jetzt? Okay, warte mal. Ich warte nochmal kurz. Warte mal, wenn ich mit ihm... Ich habe ihn angepustet. Ich habe gekühlt. Oh! Oh! Okay. Okay. Oh! Oh! Okay. Ja, ich habe schon eine Idee. Ich habe schon eine Idee. Warte mal. Wir schweben mal hier hin. Wechseln dann. Ja, 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 ja. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, Diggy. Und dann gehen wir hier trinken. Moment, aber ich kann ja nicht wechseln, während ich trinke. Oh, shit. Oder? Nope. Oh! Da! Yes! Was? Ja, mas de ser? Okay. Und was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Kann ich reden mit... Nein. Kann ich die kühlen? Hmm. Okay, ich hätte also auch spritzen können. Ich verstehe die Richtung. Kann ich hier... Wow. Wow. Okay. Ah, jetzt kann ich auch sie spielen. Ich habe mich eben gefragt. Was gewesen wäre, wenn ich jetzt mit ihr hier reingekommen wäre? Weil ich hatte ja gar nicht die... Karte für das andere Zimmer. Ach so, das ist aber unabhängig. Hätte ich auch jetzt machen können. Okay, was ist denn jetzt hier los? Gehe und rede mit Ransom, den Clown. Gehe und rede mit Dolores. Okay. Wo ist denn jetzt hier was Neues? Analyse, Blutprobe, verdächtigen Gegenstand mit Blutspuren. Analyse, Blut, steck all deine... Haben wir... Ach so. Ist das jetzt nur, weil wir irgendwas gemacht haben oder was? Finde raus, was mit Frank passiert ist oder wann oder wo. Ähm... Mal rüber zum Geist. Habe ich sie jetzt erschreckt? Ne, ne? Muss ich... Bringt das was? Ich denke halt, ich muss die... Ich muss die Pigeon-Lorde holen. Oh! Okay. Sie macht den Mund auf und das war's. Hmm. Okay. Besuche Chucks Gruff zum Abschluss. Und wie rede ich mit Dolores? Kann ich hier raus? Ich glaube, ich will jetzt erst mal mit Dolores reden. Kann das sein? Es ist ein Roboter? Warum kann ich nicht rausgehen? Ich bete, es ist Xavier, der mich hier in diesem stupiden Hotel. Oh, Mann. Phe! Okay. Ich kann das nicht erreichen. Hm. Okay, also ich komme nicht einfach so raus. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier irgendwas klären mit dem Geist, damit ich... Damit ich raus kann. Es ist ein Elevator. Seppe, bitte. Oh nein, der ist ganz oben. Okay. Und dann müssen wir da oben irgendwie... Wir müssen irgendwas mit dem Geist machen. Und jetzt ist die Frage, ob wir das jetzt hier noch machen oder ob wir... Ja, du machst das schon. So, äh, ich müsste mal nach oben. Niemand? Was ist jetzt hier neu? Gelang in das Penthouse. Okay. Xavier sagt, talking on duty is not allowed. Also, I don't talk to new ghosts. Leave me alone. Ja, aber ich kann deine Arbeit übernehmen. Kann ich, kann ich pusten auf Dolores? Nein. Clara heißt die nicht. Das ist nicht Dolores. Sprich, 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 sprich. Es ist... Okay, ähm... Okay, ich weiß aktuell nicht, wie ich da hochkomme. Deswegen würde ich jetzt erstmal... Oh, ich kann hier nicht wechseln. Warte mal. Ähm... Müssen wir jetzt erstmal weg? Oder? Ja, 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 ja. Okay, er meinte doch auch, solange hier nichts Schlimmeres vorgeht, brauchen wir auch nicht die Leute rufen, ne? Äh, das heißt, wir müssen irgendwas dann machen. Wahrscheinlich mit dem Geist? I don't... I don't know. I don't know. Aber ich würde jetzt gerne... Well, back to work, Kabu. Warte mal. Wie gibt man... Gibt man sich eigentlich Sachen? Warte mal. Wer hat denn jetzt... Sie hat auch... Hm. Warte mal. Wie hat auch jetzt... Hat sie denn... Sie das Pflaster hier? Nah. Muss ich einen besseren Use für es. Ja, ja, ich weiß. Das war noch nicht so. Oh. Wir brauchen Anweisung. Legen Sie das Buch der Toten auf einen geprüften, offiziell lizenzierten Altar. Die Nutzung eines nicht geprüften Altars kann zu viel... Blablabla. Wenn Sie platzieren, Sie ein lebendes Objekt, welches in der Nähe des Grabes gefunden wurde, das Sie besuchen wollen. Wenn das lebende Objekt ein Bewusstsein besitzt, sorgen Sie für eine sachgerechte Fixierung. Rezitieren Sie die Worte... Denken Sie sich was aus? Ist eigentlich egal. Okay, das ist nachher, glaube ich... Das ist, glaube ich, für später mit... Mhm. Mit, ähm... Mit dem Grab und alles, ne? Wehrenabwehr... Oh Gott, oh Gott. Okay, ich weiß nicht, was wir da jetzt brauchen. Ich habe da kurz überlegt. Hm. Warte mal. Kann ich eigentlich irgendwie direkt... Kann ich direkt reisen? Nee, ne? Kann ich direkt reisen? Ich muss wahrscheinlich raus und dann extra noch hier raus. Und hier raus und zur Landstraße. Und dann kann ich... Ich... Zur Hauptstraße. Und dann kann ich hier rein. Und dann kann ich hier runter. Und dann kann ich zum... Fasertron? Okay. Okay. Okay, okay. Das heißt, wir müssen mit ihr auch rüber. Kann ich hier vielleicht direkt auf die Map drücken? Haben wir die Map nicht hier? Doch. Nutze Map. Yes. Okay. Okay. Pass auf. Facertron. Wir haben das Foto hier. Oh. Oh. Holy shit. Identitätsbericht. Den gucken wir uns auch an. Aber erst auf der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das war der Fischkorm und Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020